ARD Text im Auftrag von Funk Ich werde diesen Krieg nicht beginnen! Dann lebt mit den Konsequenzen! Brecht die Tore auf! Euch zeige ich, wer hier das war! Würdet ihr denn keine Bedingungen akzeptieren? Nur eure sofortige Kapitulation! Bei Mond und Sperr! Wenn ihr weitermacht, gibt es kein Zurück! Euer Frieden war eine elende Lüge! Und der... Flackern, frieren oder funkeln? Flackern, frieren oder funkeln? Eines Tages werdet ihr so mächtig sein wie ich! Die Geister sind Ruhig! Die Geister sind Ruhig! Flackern, friere Galten! Physics 有 Die Tore sind offen! Vernichtet die Allianz! Licht aus! Hier kommt der Wunsch! Die wahre Horde können wir nicht aufhalten! Die Wunsch! Die Wunsch! Die Wunsch! Die Wunsch! Die Wunsch! Licht aus! Lockdown over! Die Macht Dalladams ist eingetroffen! Die Wunsch! Die Wunsch! Ich habe die Wunsch! Wir werden nicht nur die Situation einsteig, oder? Was ist das Ding? Ich bin so ein Buhrengeber. Ich hab dazu einen Anwurf geholt. Wir werden nutzen. Look da, Ogre! Ich werde nicht mehr Geld geholfen! Für den Kriegshalte! Zieh euch rein! Ihr spielt mit Mächten, die ihr nicht zu begreifen vermögt. Und jetzt zündet unsere finale Waffe. Die Horde wird für diesen Tag bezahlen. Hooray!